Langfristiger Erfolg durch Data Insights ist das Ziel der Unica Frühjahrskampagne und erfordert eine neue Arbeitsweise. Um über relevante Situationen einen starken Connex zu passenden Produkten herzustellen, wurden aktuelle Themen für Unica identifiziert. Content Trigger im Kampagnenzeitraum waren beispielsweise die Gefahr von Zeckenbissen, Mitterlenas Rücktritt als Vizekanzler oder der Weltnichtrauchertag. Das jeweilige Potenzial dieses Themas wurde in Echtzeit analysiert, passende Werbebotschaften kreiert und eine abgestimmte Landingpage mit Produktabschluss sofort umgesetzt. Denk aus Big Data, Smart Data machen.